Wir hatten gerade vor zwei Wochen die Waltraud Marzius auf unserer Jahrestagung von Mailboxes etc. als Gastrednerin. Und ich kann das nur jedem wärmstens ans Herz legen. Wir alle als Franchise-Systeme müssen uns regelmäßig damit beschäftigen, was Fairplay-Franchise bedeutet. Wir kennen die Bücher, die Unterlagen von Waltraud. Aber wenn man das dann erlebt, live erlebt, wie toll bodenständig, mit was für tollen Beispielen sie das dann vorträgt, können sich auch die Franchise-Partner und die Mitarbeiter in den Zentralen viel mehr darunter vorstellen. Was besonders gut ist, ist, dass es sehr modular aufgebaut ist und man eben mit der Waltraud genau besprechen kann, welche Schwerpunktthemen sein sollten aus den Stufen des Fairplay-Franchise, sodass sie das auf jedes Unternehmen und auf jeden Bedarf anpassen kann. Und wie gesagt, das Schönste ist, dass die Emotionen rüberkommen, dass es so lebendig ist, dass die Message bei den Leuten ankommt, ohne jetzt mit dem Holzhammer zu kommen, sondern auf eine ganz nette, motivierende Art und Weise.